Wir in Schaffhausen sind natürlich ein Kleinbetrieb, es ist familiär, wir haben kurze Wege. Bei uns macht man auch mehrere Personen, zum Beispiel eine Aufgabe und das macht man extrem interessant. So lernt man auch verschiedene Sachen und Themen und Bereiche kennen, wo man vielleicht in einem grösseren Betrieb dann weniger hat. Wenn wir so klein sind, ist die Chance auch da, dass ein junger Lernender am Anfang seiner Karriere in der Schrift auch an grossen Arbeiten mitschaffen kann. Nicht nur sehen, dass der Motor ausgebaut wird, sondern er ist dabei, wenn der Motor ausgebaut wird. Sicher als Highlight ist von mehreren Lernenden, die die Ausbildung bei uns genossen haben und sich weitergebildet haben im Technobil, Automobil-Eingenieur gemacht haben. Und er schafft jetzt bei einem Zulieferer in der Forschung und Entwicklung für Automobil-Teilung. Das Besondere hier an der Lehre zu machen, ist auf jeden Fall der Umgang untereinander. Auch wenn man etwas daneben lernt oder Öl ausleert. Man ist nicht wütend aufeinander, sondern versucht einfach zu sagen, wie wir es besser machen können und jetzt zusammen aufräumen. Wir sind ein kleines familiärs Team und das ist cool hier. Es ist wie zuhause, einfach beim Arbeiten. Die武 decim hakkבר' wood und die Türk-所以呢 ausgebildeten Angelegen Konfirma